Hi Leute, im Videotitel habt ihr es ja bereits gelesen und zwar geht es heute um ein Komplettfeuerwerk für über 440 Euro nur und ausschließlich mit Lidl Produkten. Die Schussreihenfolge ist wie folgt. 5x Color Stars, 3x Sky Artist, 3x Titania, 3x Painted Sky, 2x Cyborg, 3x Wildstorm, 3x Galaxis, 3x Power Up, 2x Unforgettable, 6x Black Widow und 10x Veko Flashbang. 7x Veko Flashbang. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017